Ich hab auch vieles geholfen, alles geht gar nicht. Sehr schön. So geil ist es. Komm. Was sieht denn aus? Noch nie? So schön, doch. Soll ich? Den ganzen Tag hast du gewühlt im tiefen Dreck. Und nun, nun bricht die Nacht herein. Den ganzen Tag heißt es parieren auf allen vielen Griechen. Und das wird niemals anders sein. Und wenn dann alle Heimat ziehen, bleibst du da, weil's für dich kein Zuhause gibt. Kein Zuflussort, keine Geborgenheit. Und doch, noch ist da jemand, der dich liebt. Zu später Stunde schleicht er endlich um die Ecke. Und du spürst dieses wohlige Gefühl. Dass er wieder diese Wärme dir bringt. Denn dein Körper ist im Grunde eher kühl. der dich zu zärtlich dann berührt. Es ist der Rudi. Und bei Rudi regt sich etwas in der Hose. Die kalte Hülle deines Leibes stört ihn nicht. Und du begehst die Anthropomorphose. Denn Rudi ist Objektophil. Das Objekt gibt diesem Mann. Objektophil. Was kein Mensch ihm geben kann. Ja, Rudi liebt. Und Rudi lacht. Und Rudi weint. Und Rudi hasst. Denn eure Liebe darf nicht sein. Weil du ein Schaufelbagger bist. Und Rudi nicht. Und daher lässt ihn auf der Bauherr nicht mehr rein. Doch nachts, wenn keiner. Rudi sieht, zieht es in der Mann noch zu dir. Und er beendet seine Qual. Herr Mensch, kolossal aus Stahl. Was ist schon sexual, moral? Was ist schon heute noch normal? Wenn Rudi dann so glücklich ist und in Unendlichkeit versinkt und sich in deine Arme schwiegt. Dann wird es und so häufig fehlt. Durch ihn Materie beseelt. Wenn er in deinen Armen liegt. Und diesen äußerst starken Arm wünscht sich doch jeder irgendwann. Doch der Moment von Rudis Glück kann nur von kurzer Dauer sein. Allein schlägt Rudi später ein. Und träumt von diesem Augenblick. Und Rudi ist objektophil. 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 Dass objektophil. 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 Musik Applaus